Willkommen zurück zu Let's Play Windbound und mir ist gerade wenige Sekunden vor der Aufnahme etwas eingefallen. Wenn man mal so ein paar Folgen zurück überlegt oder eine, dann sind wir ja auf die verschiedensten gegnerischen Schiffe gestoßen und alle hatten oder zumindest fast kein Schiff davon hatte seinen Ballon ungeschützt. Die hatten da alle so einen Rahmen drumherum und da das ja auch das größte Problem ist bei uns meistens, dachte ich mir, kann man das ja auch mal machen. Ja, aber gerade bin ich noch so am überlegen, es gibt ja auch noch kleinere Ballons. Warum kann man, warum packe ich da nicht in so kleinen Kästchen links und rechts daneben nochmal extra Ballons? Das wäre glaube ich noch ein bisschen besser. Ja, wäre gut, aber die waren anders. Also nicht, nicht, war nicht, also Eisen oder Stahl. Ich weiß nicht mehr, was das war. Na gut, die haben es auch nicht. Aber Stahl, Eisen. Irgendwas davon. Könnt ihr da mal weggehen? Was soll das denn? Nein, das ist doch jetzt. Haut ab. Ich habe Vorfahrt. Ja gut, gerade losgeflogen. Und direkt sehe ich schon einen guten Grund, warum wir so einen Kasten um den Ballon machen sollten. Okay, wir fliegen jetzt mal kurz in ein Gebiet weiter nach oben und dann gucke ich mal und dann gucke ich mal nach, wie viel Stahl wir denn haben. Ich würde sagen, es ist auch ein bisschen spannender. Was soll das? Es ist auch, wie fliegen die eigentlich? Es ist, glaube ich, auch ein bisschen spannender, das zu bauen, wenn man nicht gerade festen, sicheren Boden über, unter den Füßen hat, sondern hier einfach irgendwo um nirgendwo rumfliegt. Sollten wir da jemals ankommen? Jetzt riecht das wieder. Das könnte ganz schlecht werden. Einfach schnell durch. Das geht gar nicht gut. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, hört auf. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist doch überhaupt nicht toll, jetzt. Und das verstehe ich nicht. Naja. Kurz davor noch gespeichert, immerhin. Den Größeren sollten wir am besten ausweichen. Okay, der Kasten wird wichtig sein. Okay, ein bisschen weiter davon weg und dann kann man ja kurz erstmal reparieren. Einmal speichern und reparieren. Alles einmal am besten. Da wurde mir die ganze Wand weggerissen. Gut, wir fliegen dann doch erstmal weiter. Ich bin jetzt schon wieder fast tot. Das ist echt blöd. Okay, wir sind auf jeden Fall schon im richtigen Gebiet. Dann bauen wir das Teil doch mal anders. Ich merke jetzt auch schon, es läuft nicht mehr ganz so flüssig, wie es sein sollte. Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, warum, aber naja. Okay, ich habe es auf jeden Fall gefunden. Und dann muss man da jetzt nur noch oben drauf. Ich habe Schritte gehört. Was ist das denn? Na ja. Das ist ein Gegner. Haut ab! Womit habe ich das verdient. Einfach unter die Insel. Und dann auf der rechten Seite hoch. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich jetzt schon wieder fast kein Leben habe. Ja, toll. Geh doch mal auf. Nein, 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 nein. Okay, kein Fall schon. Ey, das ist doch blöd hier. Halt ab! Halt ab! Halt ab! Das war's für heute. Das ist jetzt toll funktioniert hier. Nein, 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 nein. Hör auf. Kurz mal wieder alles reparieren. Die Geräusche gefallen mir jetzt schon nicht. So, und dann hoffe ich mal, dass ich mich... Ach, das ist doch... Ja, da habe ich wohl gewonnen. Die kommen jetzt wirklich wieder. Ich will doch nur hier in den Dungeon rein. Autoradde ab. Hört ihr auf zu schießen mal? So, komme ich hier im Spiel nicht weiter. Okay, einfach schnell rein. Die wollen ja nur mich haben und nicht mein Schiff. Okay, das Schiff ist gleich nicht mehr da, wenn ich zurückkomme. So, dann speichern wir einmal kurz und zwar auf Let's Play. Ob das so schlau war, weiß ich auch nicht. So, es ist auf jeden Fall ein ganz toller Raum, mit dem ich mich reingraben will. Runter da, runter da, runter, geh doch runter, was ist los mit dir? Rein kommt er, aber raus geht er nicht mehr. Lieber sterben. So, ich habe jetzt aber gerade eine Idee. Okay, ich habe für meine Idee nichts dabei. Das ist toll. Da ist ein Wal. Da könnt ihr mir natürlich auch helfen. Runter, okay. Und noch speichern. Und da kommt direkt wieder der Gegner. Muss er weg. Gut, und weg hier. Okay, hier sind auf jeden Fall Gegner. Der Boss wird dort unten bestimmt nicht sein. Oder vielleicht sind das auch Gefangene. Kann natürlich auch sein. Aua. Und hier stehe ich nun mit 8 Läden. Und ohne Heilung. Ich brauche kein Geld, ich brauche Heilung. Das war Heilung. Steht da 3? Da steht 3. Oh, ich habe... Oh, wie viele habe ich denn da? Ich hatte davon einige mehr. Gut. Ach stimmt, ich glaube, die haben wir ja gekauft beim letzten Mal. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass ich das noch habe. Der ist auf jeden Fall wer. Irgendwer hat da gerade Schaden bekommen. Und rüber. Das brauche ich nicht. Das gerade auch nicht. Okay, so. Oh, der hat zu viel Geld gegeben. Okay, nee, hier bin ich raus. Ja, toll. Toll, 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 toll. Okay, dann einmal hier raus. Und deswegen hier ist ein großer Raum. Aber nicht der Bossraum. Und ich höre... GK. Aber wir sind eher draußen. Ist das doch der Bossraum? Oh, ja, gut, tot. Toll, danke, danke. Ich hasse dich. Und ich habe dich gerade das erste Mal gesehen, Boss. Der wird bestimmt ein bisschen schwieriger. Ich brauche was zum Bauen. Ich habe ja nichts zum Bauen dabei. Okay. Okay. Warum machst du nichts? Ich habe es doch da reingepackt. Okay, das geht. Auf jeden Fall schaden. Das ist auch gut. Eine kleine Plattform hätte ich hier gerne. Und nochmal den Steinblock abbauen. Ich hasse es. Okay, das sieht doch schon besser aus. Ja, toll, zwei aufeinander. Ne, drei sogar. Ja, gut. Aber darauf sollte ich schon stehen können. So. Ich muss ja raus. Wie ist der Typ da reingekommen? Er konnte sich da reinquetschen, aber nicht wieder raus. Verstehe ich auch nicht. Okay, für den Notfall, falls man das hier wieder zubauen müsste. Ich brauche eigentlich nur ein Loch zum Schießen. Das ist doch... Ach, ich hasse diesen Boss. Jetzt schon. Vielleicht spiele ich das Spiel auch einfach falsch. Aber bis jetzt habe ich ja alles geschafft. Bis jetzt haben wir alles geschafft. Und ich würde auch gerne weiterhin alles schaffen. Na gut. Der letzte... Den letzten Bossen habe ich mir aber auch sehr einfach gemacht. Und... Äh, der vorletzte Boss, der hat sich nicht selber umgebracht. Hauptsächlich. Ich... Ja, komm. Zeig dich. Okay. Brauchst du jetzt auch nicht übertreiben. Ich höre das. Oh, das war knapp. Ich hasse es. Wo habe ich gespeichert? Wo habe ich gespeichert? Wo ist gespeichert worden? Müll. Einfach nur Müll hier. Nee, ist kein Müll. Das ist ein gutes Spiel. Was? Von was denn? Machen wir die Pflanze hier Schaden? Wir können ja nicht mehr zerstören. Achso. Ja, toll. Kann ich ja jetzt schon direkt vergessen. Ja, ganz toll. So, geht kaputt. Und weiter. So, gleich habe ich keine Lust mehr. Ich habe jetzt ja auch keine Lust mehr hier rumzugehen. Mal nicht mehr jetzt was anderes versuchen. Okay. Ja, mit dabei. contracts. Okay, das war sehr knapp. Wie weit geht es denn hier bitte nach oben? Ich könnte ihn natürlich auch mit dem Schiff angreifen. Aber ne, das kriegen wir auch so hin. Vermute ich mal. Sollte das jetzt auch mal aufhören, nach oben zu gehen. Sonst kann ich ihn nämlich nicht mal angreifen, weil ich ihn nicht mehr sehe. So, und oben angekommen. Gibt ein Quick Save jetzt und dann muss ich nur noch wieder den Weg nach unten finden. Musste ja so sein. Wo ist denn der Boss jetzt hin? Wo ist denn der Boss raum? Immerhin ist hier mal wieder Loot. Ja, was da rein? Okay. Auch die rechte Seite hier auf jeden Fall drüber. Hier unten ist der. Irgendwo auch da. Ja, er bringt sich selber um mit dem Gravel. Mit dem Kies. Ja, irgendwie macht er weiter. Mit dem Sand sogar. Es ist eigentlich nicht mein Ziel, dass er sich damit umdringt. Ich will den rauslochen. Nein, nach oben. Komm ja weiter her. Komm weiter hoch. Ja. Komm, das machst du gut. Oh, das ist, das machst du gar nicht gut. Das hat mir geschreit. Toll, ohne Grund gestorben. Auch toll. Ganz toll. Danke, Spiel. Waffe hier weiter. Warst du gar nicht so falsch. Ja, so ist gut. Macht der auch noch was? Ja. Warum macht der auch nichts mehr? Ja, immerhin. Ich brenne. Das ist unfair. Das ist, dieser Boss ist so unfair. Für mich gerade. Aber ich finde es auch blöd, dass der manchmal hier einfach dumm rumsteht und nichts macht. Okay, auf jeden Fall einfach nicht von ihm treffen lassen. Vielleicht gibt es auch irgendeine Rüstung, die ich nicht gekauft habe, womit man gegen Feuer immun ist. Hast du jetzt auch noch vor, dich zu bewegen oder eher nicht? Ich sehe es doch schon, komm, ich gehe jetzt hier rein und dann komme ich gleich nicht wieder raus. Also wenn wir das jetzt ein bisschen weiter machen können, so. Wird zwei Jahre dauern, aber wäre auch viel für mich. Das ist nicht auch viel für mich. Eben was passiert. Dann bin ich noch reingefallen. Dann kommen wir da her. Gut, ich bin dann hier mal weg. Und hier oben jetzt. Nun, jetzt kann er sich hier hochgraben. Oder wir gehen hier einfach mal lang. Natürlich ist das ja alles so. Das ist gut. Das könnte sehr gut sein. So gut, auf jeden Fall. Macht eben schon Spaß, gegen den Boss zu kämpfen. Naja. Hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020